servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute geht es um die augmentation evoker denn blizzard hat angekündigt bzw mittlerweile wenn ihr dieses video seht schon hotfixes online die das enormst krasse potenzial dieser klasse ein bisschen eindämmen zumindest im raid denn auslöser für die sache war ein video wo mithilfe eines gesteckten konvoluts möchte ich es mal nennen an augmentation evokern ein raid boss in sekundenschnelle umgefallen ist oder mehrere raidbosse es ging um dieses video von biceps pump haben wir auch darüber berichtet hier hat eine gruppe mit 22 augmentation evokern einfach raidboss kazara innerhalb von 20 sekunden umgeflext dabei haben die dk's teilweise glaube ich 13 millionen dps gefahren so in den dreh oder zumindest gehen sie hier auf 7 millionen hoch ja es sind nur 7 millionen bzw 5 millionen dps ziemlich ziemlich schwach aber der grund wieso das möglich war war einfach die tatsache dass evoker nicht gecapt waren dieser buff hier schwarz macht wenn ihr den wirkt seht ihr ja schwarz war es bei verbündeten aktiv euer verursachter schaden ist um 14 prozent erhöht und gleichzeitig hat er 1300 mehr intelligenz das hängt natürlich davon ab wie gut mein gear ist also mit mehr gear gibt es auch mehr intelligenz oder stärke oder beweglichkeit gibt immer mainstead das macht diese fähigkeit halt brutal gut muss man teilweise sagen und der fehler im in der raid instanz war halt dass diese stacks nach oben hin quasi unbegrenzt waren deswegen haben die todesritter halt beispielsweise auch so viel damage gepumpt weil sie zig stacks von dieser single target mainstead damage erhöhung hatten und das ist dann halt absurder schaden der da hoch stackt mit der zeit blizzard hat deswegen reagiert und jetzt kann ein spieler nur noch maximal vier stacks bekommen von den verschiedenen effekten dabei geht es halt einmal um schwarz macht das was ich hier euch eben gerade gezeigt habe in dem fall kriegt er jetzt sogar nur 623 intelligenz so gut der ist level 64 da macht das sinn also von schwarz macht gibt es nur noch maximal vier stacks genauso betroffen von dieser änderung sind prescience und shifting sense in dem fall habt ihr jetzt hier beispielsweise voraussicht gewährt einem verbündeten die gabe der voraussicht und erhöht seine kritische treffer chance um drei prozent und kopiert gelegentlich dessen schadens und heilzauber mit einer effektivität von 15 prozent also da war es halt auch möglich beispielsweise dass das in die höhe steckt und das geht halt zukünftig nicht mehr beziehungsweise nicht in diesem krassen maße also alles in allem für wen ist das interessant eigentlich ist diese änderung für den otto normal spieler würde ich jetzt nennen wahrscheinlich so gut wie gar nicht spürbar aus dem einfachen grund dass in normalen rates keiner höchstwahrscheinlich also wir sind jetzt im bereich 690 rank world mythisch und wir haben nicht mal einen augmentation evoker also wir haben den evoker aber keinen der augmentation bisher als main spielt ich glaube die wenigsten gilden können sich den luxus aktuell leisten ihren rate mit 30 evokern auszustatten dementsprechend glaube ich mit eurer normalen rate gruppe werdet ihr da gar nichts von merken aber damit will man halt vermeiden dass man in zukunft solche stacks aus dem weg geht beispielsweise könnte man das ja auch für den hätte man das für neuen content ausnutzen können es kommt neuer rate raus der boss ist beispielsweise zeitbasiert was die phasen angeht also ihr habt die erste phase die anderthalb minuten geht und die zweite ist dann noch mal schwerer und dementsprechend gehst du einfach rein und steckst im mythischen weil ich 16 evoker zwei tanks zwei dds überspitzt gesagt und tunnest den einfach um bevor es schwer wird das wäre theoretisch möglich gewesen und damit gibt sich blizzard zumindest eine kleine sicherheit damit das zukünftig nicht mehr in diesem sinne vorkommt aber gut ist fände ich vollkommen okay und ja das ist übrigens auch noch dieses verändernde sande hier was eben angesprochen hat das hatte ich eben vergessen einsatz eines ermächtigen zaubers gewährt ein verbündeten verändernde sande wodurch deren vielseitigkeit um 12,7 prozent erhöht wird also das war da auch noch mit drin aber gut damit sind wir durch ich danke euch fürs zusehen wenn ihr mich unterstützen wollt und ihr mit dabei sein wollt auf dem weg zu 20.000 abonnenten sehr sehr gerne ein like und ein abo da lassen und damit bis zum nächsten video habt eine gute zeit reingehauen bis zum nächsten Mal